äh famous cities oder oder famous landmarks famous city heißt die kennt man oder becker text textil extenso diente das klingt für mich schon ein bisschen portugiesisch oder bin ich dumm batman maya also ich glaube spanien ich glaube wenn man die sprache gut kennt dann kann und da kann man es jetzt schon wissen die jungs ja mies am tschöne oa sickes bmx also ich glaube jetzt schon dass irgendwie mexiko das ist kein trikot mann ich kurz ab ja 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 da habe ich doch den beweis okay komm her mein großer 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 ich habe mir schon gedacht dass es ist aber ich wollte sicher geben ist was ich mein okay bio company das sieht schon mal europäisch aus irgendwas am haus ne nix am haus haben wir soweit ich weiß sogar auch in deutschland ja dann gucken wir doch mal wo wir sind okay asiatische zeichen ich habe markt 1 okay schließt schon mal tokyo dann doch nicht aus den asiatischen raum ich glaube wir sind in tokyo ist das dumm ist das dumm ist das dumm okay das ist schon mal das ist schon mal big jetzt geht es nur darum auszufinden welche großstadt ja die stadt wird danach also das wird ja jetzt nicht so dastehen wie war craft beer strong wird jetzt nicht so dastehen wie jakischer markt berlin so wisst ihr was ich mein also also ich meine damit jetzt nicht die stadt stehen so in mäßig yo du bist hier in tokyo von hiru 84 das ist so schwer glaube ich ich hoffe immer auf jemand der trikot trägt wisst ihr was ich mein ich weiß aber nicht ob es naiv ist ja wo bin ich ich kenne mich halt auch leider in der sprache nicht aus wissen hier ist also kann man anhand jetzt schon von den zeichen wissen und eingrenzen was es ist japan weiß es nicht wissen was ich mein ich glaube doch wieder zurück wo ich her kam wo ich finde hier auf ich kriege hier gar keine tipps war wurde ein brabus smart aber ein böse alter holen die schütten das kannst du nicht wissen das kann wo habt ihr das gesehen wo habt ihr das gesehen chat wo habt ihr das gesehen das war koreanisch bro woher soll ich woher soll ich koreanisch kennt ich kenne ich kenne koreanisch nicht oh sweet home ich weiß nicht für mich jetzt schon nach oha ist aber voll schwer höhe das sieht für mich schon so ein bisschen nach usa aus ich bin ja mitten im nirgendwo das sind ford galaxy ja ja das ist oder ich gucke weiter auch weißes kennzeichen nene das europäisch das sehe ich an dem blauen strich das ist deutschland norpost ne 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 norwegen das ist norwegen ich muss nur auf das anklicken ja wo was macht denn google street viewer hier du sitzt in irgendeinem keine ahnung in irgendeinem kleinwagen alter mit der kamera oben drauf und fährst erstmal da hoch wo was soll ich hier raten die wusste gar nicht wie ihr geschieht alter als hier der google street wagen gefahren ist das ist wirklich absurd aber sieht schön aus oder ich finde es sieht übel schön aus mit den jungs bisschen ausruhen ab wann aber wie vielen minuten red man einfach hier ist nichts hier ist ehrlich kein hinweis madrid rochita madrid ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung ich glaube das war es mit meiner streak kann mir nicht vorstellen dass es mexico ist ich habe keine ahnung noch eins noch eins noch eins noch eins noch eins das afrika hey was ist es für ja ist es so programmiert dass es zwei level dogshit sein muss komm, mach Meter, mach Meter, mach Meter, mach Meter, mach Meter, mach Meter hey da fängt es an warte da ist ein Schild ein Straßenschild ok europäisch safe europäisch das kommen wir doch schon mal sehr deutsch vor rote häuser oh das ist wieder ist es dänemark ist es norwegen wo es könnte irgendwie die alles gefühlt davon sein oder oder von also ich weiß nicht hier ist sonst gar nichts ich kann mich nicht irgendwie nach hinten klicken oder doch ja ok ich schwank zwischen norwegen und dänemark ich sag nicht so wie es ist einer schreibt wie kann man so schlecht sein ich chill irgendwo mit google street auf guatemala er schreibt wie kann man so schlecht sein wenn man die flagge nicht kennt dann ist gg wenn man die flagge nicht kennt dann ist gg oh nein hongkong hk hongkong es ist free muss bitte free sein mein schulweg eher von deinem von deinem großartig ich muss mich halt erst mal ans ende der welt klicken bmw hat rechts und links blau das kenne ich nur von italien wenn ich nur so von italien dafür sind die glaube ich zu alt oder rot ist auf gar keinen fall italien wird ein ganz schweres ding für mich hier ist halt einfach nichts automatisch 30er stellt cool baustelle brücke hat wenn der job ist als google street dinger fahrer rumzufahren das siehst du auch wirklich alles ist insane schöne landschaft schon wieder aber überlegen wir das gibt es in real life du kommst an irgendeinem fleck der welt raus und musst wissen wo du bist wieder zurückfinden wie krank es eigentlich wäre jo moin ok jetzt kommen wir schon der sache näher klingt schon so es könnte schon italienisch sein oder ne mit doppelpunkt auf dem e ne bruder oh jetzt könnte es mal sagen es mal wissen glaube ich .net oh man oh warte 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 zurück 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 what the fuck wo bin ich amerika wo zum fick bin ich aber die sprechen ja kein englisch oder so wo soll das sein ey als ob ihr es schon wisst aber warum sollten die so schreiben mobileri ist nicht klar oder ich schwöre ich hätte es nicht gewusst ich wäre niemals drauf gekommen ich sage euch so wie es ist ich sage euch wirklich so wie es ist ich wäre nie niemals auf albani gekommen komplett verschoben da stand lidl al albinien brasilien ungarn albanien die sprache slowakei slowenien al ist albanisch ja sofort als ich bausteller gesehen habe war es klar ja ok danni ok ok ich kann nicht mehr isa ich muss ganz kurz fragen wie es dir geht ja fragt mich nicht wir spielen nie wieder georgästermann ich habe 24 euro ein jahrs aber noch mal wenn sie den kanal nicht abonnieren dann lasst gerne ein abo da und gerne die glocke aktivieren und lasst einen kommentar da auch für den algorhythmus bis hin bis hin bis hin Untertitelung des ZDF, 2020